Was soll denn da 6 Uhr sein? Dann sollst du weiterlaufen, einfach in der Richtung. Ich weiß gar nicht wo 6 Uhr ist. Ich stolpere herum als gäbe es keine Feinde auf der Map. Ach die Scheiße. Oh, ein Haus was er noch nicht durchsucht hat. Sollts denn möglich sein? Ich bin eigentlich gar nicht die Kugel wert, aber das wissen die ja nicht. Vorne läuft einer. Wenn du raus willst, würde ich nicht schießen. Nee, ich schieß auch nicht. Er hat mich getroffen. Nein, hat er dich gesehen? Ich habe auf ihn geschossen. Du Idiot! Da oben? Bist du das da oben? Jaja. Ich komme mal zu dir. Ich muss zerstörte Straße oder Swellity Sackkasse. Ach so, ich habe nicht aufgepasst. Lighthouse? Oder zerstörte Straße? Zerstörte Straße. Machen wir zerstörte Straße. Dann geh mal die Mauer entlang. Rechts die Mauer. Kommst du mit? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Du bist ja an mir vorbeigelaufen. Ach, stopp! Und jetzt lenkt mal ein auf 6 Uhr oder 7 Uhr. Von der Mauer raus. Ja. Hm. Was soll denn da? 6 Uhr sein? Da sollst du weiterlaufen. Einfach in der Richtung. Ich weiß gar nicht, wo 6 Uhr ist. Da, genau in der Richtung. Lauf einfach jetzt. Wo du grad hingeguckt hast. Da, genau. Ich weiß gar nicht, wo 6. Aber du siehst mich, ne? Ja. Wenn du auf dem Felsen bist. Ah, ich seh die rote Kugel. Ich seh die Kugel. Ja. In der Richtung musst du hin. Da bin ich. Da ist der Radar. Ich stolpere hier rum, als gäbe es keine Feinde auf der Map. Ja, was willst du machen? Ist ja eh freie Zone da. Ist ja keine Deckung. Joa, als gibt's kommt man immer später ran. Ach so? Ja, von bis. Ich glaube bis zu 50 Minuten oder so. Ich dachte, das ist immer eine komplette Skeft-Map. Nein, nein. Wie ne? Nein! Ach so? Nein. Wenn du, äh... Bist du in dem Haus? Ja, ich bin im Haus. Wenn du... Ne, du... Es gibt ja auch hier... Es gibt hier ganz normale Spieler drauf. Ach so. 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 Du kannst aber auch... Es gibt ja diese Skeft, die NPCs, ne? Und du bist jetzt im Prinzip... Hast dir ein NPC genommen, der jetzt deine Figur ist. Mhm. Den du jetzt spielst. Mehr nicht. Ach so. Wir können ja mal ein paar Loot-Punkte abgreifen. Abfarm. Wenn da... Ich denke, wir müssen auf Skefts erschießen. Von unserer Aufgabe. Ja, aber nicht als Skeft. Da kannst du machen, was du willst. Ach so. Du musst das mit dem PMC machen. Hier, hier ist auch noch mal eine Loot-Box. Kannst ja mal reingucken, ob da was ist. Leer. Ja. Wir können aber trotzdem Skefts erschießen. Für Loot oder so. Mhm. Da unten laufen welche? Ach na. Ja, ist der Skeft. Jetzt wirst du auch noch irgendwann erkennen, woran ein Mann das erkennt. So, ich guck mal hier rein, ob hier was drin ist. Ich bin hinterm Felsen. Das ist auch leer, ey. Ich geh mal zur Straße, wo du die gesehen hast. Ja, ich bin gut. Wir können uns die ja mal angucken, was die so für einen Loot haben. Wenn wir guten Loot haben, können wir die ja schießen. Eigentlich Schrott, aber der wird trotzdem schreien. Ach du Scheiße. Oh, ich bin tot. Kacke. Ich hab dich erschossen. Der ist gelfi. Ich hab dir nicht gesehen, dass da noch einer ist. Du kannst alles auf jeden Fall looten da jetzt. Das war eine schöne Runde. Im Prinzip kannst du dir der Straße komplett links folgen. Dass das Wasser links ist und dann kommst du an eine zerstrechte Straße. Aber an eine Straße laufen würde ich nicht unbedingt. Ich würde immer ein bisschen oberhalb der Straße laufen, wenn du wilder landest. Sicher. Du bist nicht am Tunnel. Du musst links daneben. Ja, bin ich. Du bist am Tunnel oder wo bist du jetzt? Der Tunnel ist da. Ruhend Haus. Fens. Wieso Fens? Was heißt denn? Der Zaun. Ruhend Haus. Ja, ja, aber das steht doch bei dir. Ah, nee. Haus. Nicht rot. Haus. Haus. Ich muss durchs Dorf. Ach, Scheiße. Ja. Mist. Du kannst dir ganz an der Wand einfach lang gehen. Da siehst du aber, da siehst du die Mauer, wenn das Dorf hinter dir ist. Ja. Dann siehst du die Mauer und hinter der Mauer links ist irgendwie so ein Häuschen. Da siehst du so eine kaputte Holzbrücke über der Mauer raus. Da ist das dann. Boah, wie weit ist denn das? Ist das Dorf noch hinter dir? Ja. Fängt bei dir schon langsam der Wald an, so ein bisschen links. Siehst du rechts schon die Häuser von dir rechts? Sumpf. Sumpf ist rechts irgendwie. Ja, da sind aber die ersten beiden Häuser noch, ne? Ja. Wo wir manchmal losgehen. Ja, ja, ja. Die müssten auf der gleichen Höhe sein. Okay. Siehst du die oder sind die schon noch weiter weg? Nö, ich hab die schon gesehen. Ich bin grad an dem vorbeigelaufen. Ja, das müsste aber jetzt da schon dann sein. Oh, jetzt extra hier. Oh ja, jetzt. Ja, müsste links hinter der Mauer ein Häuschen sein, ne? Mhm. Wo rennst du rum? Ich bin hier in so ein Haus reingerannt. Auf der rechten Seite von der Straße? Ja. Okay. Fehlste paar Jacken. Ja, Jacken können immer gute Schlüssel drin bauen. Ich hatte vorhin einen Haufen Schlüssel. Und da haben sie mich aufgeknallt. Oh. Weiß ich noch ungefähr, wie einer hieß? Äh, einer war Sixpack. Und dann hatte ich noch so verschiedene Schlüssel. Weiß ich noch nicht mal, wie die hießen. Eieieieiei. Ich hab einen Tor und Schlüssel. Ich muss raus. Na, du mach dich raus. Ja, das Problem ist, ich muss hinten, südlichen Ausgang, muss ich. Kannst du doch? Tja, aber das ist komplett über die Map drin. Ach so. Hast du gerade eine Tasche aufgenommen? Nein. Ist hier einer? Ach nee, die ist wieder zugegangen. Ich hab mich jetzt schon gewundert. Nee, der geht immer eigentlich zu. Oh, wie. Das ist, glaub ich, teuer. Wo bist du? Ähm, ganz am Ende der Straße. Im Haus. So. Dann mach ich mich mal Richtung Ausgang. Ich werde auch Richtung Ausgang. Ich hab's aber so weit. Ich hab noch einen teuren Schlüssel, glaub ich, gefunden. Aber ich kann damit noch nix anfangen. Ich kann die ja nicht verkaufen. Aha. Jetzt auf den Flohmarkt bringen, lieber. So, ein Haus, was er noch nicht durchsucht hat. Soll's denn möglich sein? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Schleichen. Denk an das kaputte, ähm, Haus daneben. Hier die... Ach komm, ich geh da einfach looten. Ja, Engstelle. Und du musst noch da hin. Leuchtturm, äh, wo... auch... in den Häuser, da ist dein Haus. Mhm. Da kann, äh, auch... Da sind ja Computer und voll, ähm, Tresore. Ach so. Also, da kann auch viel spawn drin. Deswegen gehen wir wieder auf. Oder ich geh hier oben mit... Beim Admin Basement raus. Hast du geschossen? Nee. Richtung Wasser rechts hat man geschossen. Ziemlich nah sogar. Admin Base? Ja, das ist... Da oben. Ja, aber weißt... Ja, aber weißt du, wo das da ist? Der Ausgang? Ja. Nö. Ja, also... Das ist im Gebäude irgendwo. Aha. Die hab ich eigentlich immer gemieden, weil... da Hotspot ist. Also, da ist wirklich Hotspot. Ja, ich hab ja leer Hotspots. Ich weiß... Aber der obere ist, glaub ich, noch der krassere Hotspot. Ach so? Ja, dann geh ich doch runter zum Leuchtturm. Na gut, dann... Verabschiede ich mich Richtung Leuchtturm. Ja, ja. Bin ja auch schon auf meinem Wege. Wenn du jemanden fluchen hörst. Ja, wenn du mich fluchen hörst. Oder die Maus gegen den Monitor fliegen hörst. Weil ich hab richtig... Ich glaub, also... Ich hab richtig teure Schlüssel dabei. Alter. Guck auch noch mal gleich, ob das die teuren sind. Und... Ich bin eigentlich gar nicht die Kugel wert, aber... Das wissen die ja nicht. Ich glaub, die Patron ist teurer als das, was ich mit dem Umschlepper. Oh nein! Wird angeschossen. Nein! Lau! Lau! Kann nicht mehr, ich hab kein... Kriegt der nicht. Ich hab mir voll ins Bein geschossen. Ich hab kein Schmerzmittel dabei. Mist. Ich kann hier nicht mehr rennen, nichts mehr. Jetzt kann ich hier nur rumpeln. Verschwommener Sicht. Boah. Das hasse ich. Hattest du schon mal gehabt? Ja. Ich war doch noch nicht an der Tankstelle. Das war's doch noch ein Stück weiter weg. Das war bloß irgendein Schild. Für irgendwas anderes. Da bist du erst? Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter. Aber ist trotzdem nicht grad sehr weit. Gut. Ich bin schon jetzt am extrem. Ich bin ganz oben rechts hier. Ach so. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab's geschafft. Du Glückspilz. Wenn du noch looten willst, innen drin ist die Tresor eine Tankstelle. Aber das Feuer darfst du nicht zu nahe kommen. Ich glaube, das Looten schenke ich mir. Ja. Ja. Bin eh voll. Ich will hier eigentlich nur noch heil raus. Meine Glühbirne in Sicherheit bringen. Ja, Glühbirnen findest du selten. Ich muss ja echt fahren. Also da musst du echt. Da brauchst du, glaub ich, 20 Stück von, ja. Ach ja stimmt. Das waren so viele, ja. Das stimmt. Ja, da findest du auch nur ab und zu mal eine. Ich hab grad zwei. Oh, da vorne läuft einer. Dann würde ich, wenn du raus willst, würde ich nicht schießen. Nee, ich schieß auch nicht. Ich versteck mich ein bisschen gerade, dass der Rücken ist. Wenn auf ihn keiner schießt, dann schießt wahrscheinlich auf dir gleich auch keiner. Der Lootet wahrscheinlich. Test-Schlüssel. Ach so. Mach mal eine Minute. Der hat mich getroffen. Nein, hat er dich gesehen. Ich hab auf ihn geschossen. Du Idiot. Ich schieß dich auf den Ball. Ich schieß dich auf den Ball. Und dann sag du das. Das sah so verlockend aus. Aber warum hat der, fällt der nicht um, der Idiot? Tja, wenn du mit Plöttern tot schießt. Ich schieß mit der AK. Voll das Mett. Ja, wenn der scheiß Muni drin hat. Aber er hat ein paar Mal geschrien, oder? Kam mir jedenfalls so vor. Bist du tot? Ne, noch nicht. Oberkörper und Beine sind rot. Hast du was zum heilen? Natürlich nicht. Schön. Dachte ich auch nicht. Ich hoffe ja. Oh, die Sicht ist verschwommen. Ich hoffe er verreckt. Versuch schnell rauszukommen irgendwie. Kann nicht mal rennen. Ich weiß. Hat dich ja gerade auch das Problem. Du hast jetzt genau das Recht publiziert. Ist er verreckt. Da liegt einer. Aber es war wahrscheinlich der, den er gelootet hat vorher. Oh, er hat sich verpisst. Zum Glück. Ich kann nicht mal rennen. Boah, ich kann nicht mal rennen. Ja, du kannst gar nichts mehr. Du bist einfach im Tode geweiht, wenn er so rechtzeitig ist. Was werden denn mir oben für komische Icons angezeigt? Ich weiß nicht, was das für Icons sind. Ist das rot? So ein Kringel-Icon, auch rotes. Dann wie so ein Feuer-Icon. Als ob einer, also ne Mündungsfeuer. Das rot, ist das wie so ein Blutfleck? Ja, so ein Kreis halt so. Wie so ein Bolzei. Aber dunkel-rot. Ja. Dann das Bolzei. Oh, da läuft einer. Hau endlich ab. Der will einfach sterben. Er will den Krieg. Ach, das war ein Skeff. Dann bin ich abgeknallt. Ach, tut gut. Wie weit bist du denn? Bist du jetzt schon langsam an der... Ich bin jetzt unten an dem Bürohaus. Ja, da hast du nicht mehr weit. Kann ich mal nachwerfen. Eine andere Waffe. Oh, ich hab Peen-Killer. Oh, wenn du den nimmst, dann kannst du wieder laufen und rennen. Aha. Und hast du vernünftige Sicht. Oh, ist das schön. Oh, ich kann jetzt den Rucksack hier. Schön. Das ist aber schön. Aber er schreit. Jaja, das ist... Du kriegst Schmerzen. Also wenn die Beine gebrochen sind, natürlich schreist du. Du kriegst auch Schaden dadurch. Ich würde rennen. Scheiße, wir sind noch Skeffs. Ja, du musst ja nur am Leuchtturm jetzt. Lassen die mich in Ruhe? Nein. Ja, ich weiß nicht, ob die dich gesehen haben. Ich weiß nicht, ob die das gesehen haben, dass du auf die geballert hast. Wenn ja, dann lassen die dich nicht in Ruhe. Scheiße. Ja, aber du kannst ja auch versuchen an den vorbeizuschleifen. Ich lass den. Ich lass den. Schließ da nicht auf ihn. Was rate ich dir? Oh, was ist das? Eine Kiste. Rechts neben dem Leuchtturm. Da sind ja so Steinmauern, ne? Oh, ja, ja. Und rechts davon, auf der Außenseite, direkt an der Mauer, ist ein Versteck. Ein blauer Kanister wieder mit einem schwarzen Deckel. Okay, ich bin raus. Ich bin raus.